Zeug wieder rein und dann werden wir uns hier oben mal ein bisschen beschäftigen mit dem Interieur. Das ist wichtig, damit der Haus gut aussieht. Was ist da los? Ist hier jemand? Hallo? Ne, hier ist jemand. Gut, ich wollte schon sagen. Ähm, was packen wir denn hier jetzt mal rein? Ich würde sagen, die Heildrenke würde ich hier ganz gerne mal reinpacken. Dann haben wir die nämlich hier bei den Sachen, die heilen. Das ist sehr gut. Und die leere Flasche, die nehme ich mal mit, die können wir hier eigentlich nicht so gut gebrauchen. Und die Äpfel können wir eigentlich auch gerade mal wieder darin stoppen, wo wir sie brauchen. Und das rohe Schweinefleisch tun wir mal gerade hier auf dem Grill. Also warum geht mir denn die Stimme schon wieder flöten? Das gibt es doch gar nicht. Ich glaube, ich werde, ich glaube, ich kriege eine Erkältung. Ich glaube, das ist das Problem. Wenn ich nicht zwischendrin räusper, tut mir leid. So. Ähm. Wo haben wir die Schaufel? Ihr habt doch zwei Schaufel gemacht. Wo habe ich die ihn gepackt? Da unten ist sie. Idiot. Jetzt reißen wir als allererstes mal die alte Bude von Sir John ab. Hui. Das ist das erste, was wir jetzt mal tun. Denn den Platz können wir gleich noch ganz gut gebrauchen, glaube ich. Und ich glaube fast schon. Ja, doppelseitig nach oben geht schon mal nicht, weil hier das Haus steht. Das ist schon mal nicht so pralle. Aber hier würde es auf jeden Fall nach oben gehen. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das veranstalten. Wir werden auf jeden Fall einen Weg finden. Das verspreche ich euch. Jetzt reißen wir eines der größten Versuchobjekte in der Geschichte dieses Let's Plays ab. Ist ja auch mal interessant, ne? Geht das nicht doch hier mit einem doppelten Aufweg? Das muss doch irgendwie gehen, oder? Naja. Schauen wir mal. Wie wir es am geschicktesten hinkriegen. Ich habe ja auch gerade schon überlegt, ob wir vielleicht ein bisschen was mit Eisen hier von enchanten. Aber Eisen enchanten ist halt irgendwie so eine Sache. Das hat irgendwie immer so einen bitteren Nachgeschmack dann, weil Eisen ja eigentlich total schnell am Arsch geht. Und das will ja eigentlich kein Mensch. Ne? Übrigens läuft gerade im Hintergrund wieder Cannon D. Ein schönes Lied. Das könnte ich auch, habe ich glaube ich schon tausendmal gesagt, den ganzen Tag hören. So, die Wolle holen wir uns auch noch schnell raus. Hier haben wir nicht noch eine Schere dabei. Ne, die haben wir in der Kiste gelassen. Waren wir einmal ordentlich. So. Jetzt bin ich schon geistig so ein bisschen am überlegen, wie wir uns da jetzt nach oben bauen. Na, verdammt. Ich gehe erstmal schnell pennen, bevor wir hier gleich eine explosive Überraschung von oben bekommen. Wäre ja nicht so toll. Was mich ja mal interessieren würde, spenden eigentlich diese Kakaobohnen auch Licht? Das wäre ja mal nice to know, aber jetzt gehe ich erstmal pennen. So, und steht dann wieder auf. Da bin ich wieder da. Habe ich Erde noch dabei? Sechs Stück, das reicht niemals. Also wieder zurück. Kurz eine Kiste. Falsche Kiste, war doch klar. Ma, was mache ich denn? So. Wie sich das so da mal anhört. Klick, 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 klick. So. Jetzt hauen wir das hier mal schnell mit Erde voll, damit wir hier wieder eine gerade Fläche kriegen. So. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da am geschicktesten nach oben? Hier geht es ja, wie gesagt, wegen dem hausdach nicht das ist natürlich ein bisschen ärgerlich oder das wäre dann genau hier dran das wäre natürlich ein bisschen scheiße dann das ist das kann ich nicht bringen hier weg bauen geht auch nicht weil ihr dann das redstone zeug kommt ja da kommt es also hier weg bauen geht auch schon mal nicht theoretisch gesehen würde es nur gehen hier würde es nur gehen theoretisch gesehen ich glaube das wäre dann hier glaube ich nur ist doch richtig jetzt komme ich da natürlich nicht dran also er dahin ja sehr schön das gibt es nicht was das denn jetzt hallo ach so nach unten okay und mit der erde dran und so würde es natürlich funktionieren frage ist natürlich ob das so ist ob man das so will nur auf der einen seite das wäre dann hier nee das kann ich nicht machen das sieht scheiße aus ganz ehrlich das kann ich nicht machen das sieht nichts aus ich brauche aber noch ein paar steine und ihr kennt ja schon unseren alten weg hier den kennt er noch wenn wir hier hinten am bauen sind den nutzen wir natürlich weiterhin meine freunde warum auch nicht wir können es doch wir können uns das doch erlauben ich habe die ganze zeit das gefühl dass hier irgendwo eine dicke fette spinne in meinem zimmer rumhängt ich kenne das wenn du so eine vorahnung habt ihr wisst das was nicht stimmt nichts ist wie vorher einmal war so ich hau das mal gerade weg und hau da noch so eine treppe hin weil das dann einfach noch bekloppte aussieht das ist mein ziel damit ich sagen kann wir haben was gemacht so jetzt wisst ihr was ich mache jetzt auf der anderen seite auch noch die treppe hin so ne mache ich gar nicht weil das kacke aussieht doch man das ist scheiße das ist ärgerlich nur hier die treppe sieht irgendwie ein bisschen verloren aus warum fehlt da eigentlich das holz wer hat das holz gestohlen wie machen wir das denn jetzt am geschicktesten wie machen wir das am geschicktesten geschickteste ich weiß es nicht ich weiß es nie das ist ärgerlich jetzt dass das hier nur auf einer seite geht aber das muss uns wohl jetzt irgendwie genügen scheinbar es muss hier auch wieder ansetzen ist da komme ich nicht drum rum und das wäre dann hier und hier und nur weil es dann symmetrisch aussieht das jetzt da so hin zu pimmeln das weiß ich nicht das will ich gar nicht ehrlich gesagt also müssen wir es wohl einseitig lassen wobei ich das hier gerne fortführen würde einfach damit ein bisschen abgeschlossen aussieht wenn man hier so vorbeiläuft muss ich mal gucken vielleicht überlege ich mir da auch noch was gescheites kann man denn mittlerweile zäune an die dinger hier dran machen nein das war falsch ne geht nicht so wirklich aber so geht es halt einigermaßen dass das halt so ein bisschen geländer ist ne so ein bisschen halt jetzt mein gott sieht halt nicht so toll aus aber na gut es sieht scheiße aus ich weiß dann haben wir halt nur auf der einen seite einen aufweg mein gott ich kann es jetzt gerade nicht ändern es geht nicht anders mach ich das doch lieber weg das ist ein bisschen übertrieben aussieht wenn da so viel ist ich hoffe mal die sechs zäune reicht jetzt noch ansonsten ich muss mich da hinten irgendwie rein quetschen und den einen noch holen so und dann packe ich den erdklumpen da wieder hin und dann möchte ich da fast schon noch steine hin machen glaube ich oder ja das sieht jetzt auch hammermäßig aus dann doch lieber so glaube ich ich glaube ich verunstalte das hier gerade total ich bin mir selbst noch nicht so sicher ich glaube das muss alles noch einen nach oben oder ich glaube so würde es richtiger aussehen oder so geländermäßig ja doch das sieht dann schon besser aus das davor sei mehr so halb gekonnt und mehr so versucht und nicht gekonnt so kann man das da hinten eigentlich raus kloppen und einfach so einen Zaun hin machen ach einen Zaun sag ich schon ne ne ihr wisst was ich meine ihr wisst was ich meine ja mensch Tobi was willst du uns denn sagen ich weiß es nicht ich weiß es nicht ja sieht total scheiße aus auf jeden Fall das ist mein Ziel gewesen ach Gott ey naja immerhin und jetzt hoffe ich mal dass wir hier einigermaßen unbeschadet unseren Wegchen bauen können aber das sieht ganz gut aus bis jetzt äh Keys habe ich nicht dabei verdammt naja ich weiß ja noch nicht ich überleg mir da noch was das sag ich jetzt aber einfach nur so um irgendwie eine Ausrede zu haben weit überlege ich mir da überhaupt nichts und das bleibt jetzt wieder so für immer bis irgendwann ich mach mal das Lied weiter weil das nervt gerade ein bisschen so habe ich voll nicht den Flow zum Nachdenken bei dem Lied du verstehst was ich meine so wo müssen wir denn hin wir müssen hier hin da und da wir sind im Moment da ja das heißt wir müssen hier so ein bisschen quer rüber und dann ja mach ihn doch noch breiter Tobi mach ihn doch noch breiter sieht dann zum Glück überhaupt nicht übertrieben aus ich möchte ihn da länger machen glaube ich hier wieder zu und dann läuft man hier quasi so auf die Villa zu das ist eigentlich mein Vorhaben gewesen das würde natürlich noch besser gehen wenn hier auf der anderen Seite auch noch naja mal abwarten vielleicht kriege ich ja noch eine Idee aus mir aus meinem Kopf raus geprügelt jetzt erst mal was zu futtern ich bin geistig schon überlegen gerade naja mal schauen mal schauen mal schauen was wir da machen so jetzt machen wir aber erstmal hier den Weg weiter und ich denke mal dass uns hier gleich eine Höhle empor scheint quasi oder verdammt verdammt so und dann machen wir das bis hier hin na wie seid ihr den Kies jetzt da unten nicht mehr selektiert verdammt verdammt so bis hier hin guck reicht das ja das reicht super jetzt weiß ich grad gar nicht ob wir genug noch Dingens haben hier Sandstein ich würde ja fast schon behaupten nein und ich glaube ich habe recht mal gucken ähm Sandstein halt das kann man mal zu machen hier gerade so so und dann möchte ich glaube ich hier auch ein bisschen Zaun hin machen haben wir jetzt nicht mehr wow aber ich glaube da warten wir mal bis die Dings kommen es kommen ja mit dem neuen Update es kommen ja also mit dem Update 1.4 ja mit dem Update 1.4 kommen ja so Dingens hier ne wie heißt das wie heißt das wie heißt das wie heißt das so Mauern ich würde sagen da warten wir einfach mal ne Runde bis es dann diese Mauern gibt und dann mauern wir das da oben einfach ein bisschen zu ich glaube das ist die beste Idee die man hier haben kann da möchte ich glaube ich auch schon das Zeug raus machen und möchte das einfach nur dicht machen voller Zorn möchte ich das dicht machen ja ich glaube das sieht dann besser aus und dann können wir das hier auch gleich weg wegpimmeln und dann sieht das hier so ein bisschen naja so geht es einigermaßen ich bin noch nicht überzeugt aber ne ich bin überhaupt nicht überzeugt das sieht total scheiße aus naja egal so ja sehr schlau ähm was wollte ich jetzt machen und ich wollte ein bisschen aussortieren schon wieder sag mal Schild nein das kommt da nicht rein aber das kommt rein das kommt rein die kommen da rein wobei das Holz nehme ich immer mit Steinziegel passen da eher weniger rein Wolle kommt hier hin äh die Karte wo tue ich die Karte tue ich auch mal da rein das hat eh keinen Sinn hier groß zu sortieren bis wir nicht endlich mal ne Dings haben äh ein Lager solange hat das eh keinen Sinn hier groß Ordnung zu halten und da versteht was ich meine äh ich genau ich wollte gucken haben wir noch Sandstein ja wir haben noch Sandstein super aber es wird gerade dunkel draußen den möchte ich da jetzt ungern platzieren deswegen gehen wir mal schnell pennen la la gute Nacht so sind wir schon wieder wach 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 wacht wachtelbrust Was wollte ich tun? Ich wollte den Sahnstein setzen. Genau, das ist was ich tun wollte. So, hier hin und da lang. Jetzt ist es hier auf jeden Fall ziemlich leer. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Weiß ich noch nicht. Hier werden auf jeden Fall noch ein paar Bäume gepflanzt. Das habe ich ja auch schon mal angekündigt. Ja, ja, ja.